die frage ist als was ich jetzt starte so lasst mal schauen monster ist der typ in der mitte das ist typ ist das monster dieser runde jetzt habe ich ein finitus aber das liegt nicht am spiel factory habe ich schon einmal mit franken stehen bitte ist irgendwie unnatürlich klein aus in mir das problem ist wir wissen nicht wer das monster er bis dato ist er kann wie gesagt locker ist deaktiviert da kann er nicht sein er kann trotzdem noch mir wenig mir mary pente oder wieder so fallen sein der vollen hätte den nachteil ich weiß nicht wie gut man sich spielen kann das phantom hat den vorteil dass ich glaube ich habe nicht gut für phantom ist ich habe ja auch schon mal phantom drauf gespielt ich muss gerade mal dazwischen werfen ich kenne die map jetzt gar nicht ich habe die von mit cp einmal gespielt sie sieht schon cool aus aber du hast ja immens große flächen hier wenn wir ihn nicht sehen dann wird er wahrscheinlich fallen sein die anderen beiden monster wird nämlich sichtbar vielleicht übersehen wir uns auch einfach nur ich habe eine maus im alter ich habe die mauszeiger im spiel das ist ja mal richtig dämlich gerade wenn man auf kappe drücken options vielleicht geht er dann weg ist ja auch schon oft passiert dass wir aneinander vorbeigelaufen sind aber was man gesehen hat ich habe meinen mauszeiger im spiel gott das ist überhaupt nicht toll gerade brauchst aber nicht ich habe meinen mauszeiger im spiel ja jetzt zehn sekunden darüber zu philosophieren macht es auch bestimmt besser auch für andere eventuell laufenden aufnahmen inkontinenz überhaupt keine ahnung wo hier was wer wo wie ist das wo die körper schon mal ist und weiß noch nicht wie ich da ankommen gibt bei mir auch schon wieder dass ich türen nicht aufmachen kann auch das nicht wohl auch nicht wo angezeigt wird kein schlüssel was wir sagen geräusche normal wo es bis jetzt immer eingeblendet ist die fuß eingeblendet bei mir wird es neben rechts oben links wird das meistens total irgendwie so ein bisschen dass der ding ins gleiche reinspringt der monster je nachdem was wäre mir ja immer noch nicht gefunden aber jetzt treppen ausgefunden nein auch mann was ist er erbaut die statuen auf das war dann noch mal locker ist immer noch gesperrt ich mute mich mal selber kurz hier in einer aufnahme kann man euch besser hören du bist also vor allem ja der fallende engel wie kommt man denn da jetzt sind weiß ich muss ja auch nicht ja ich hatte anfang erst im kopf dass du wahrscheinlich phantom ist aber ich glaube nicht dass ich das gewinnt so schnell wie frank leider abgekratzt ist das war jetzt wirklich extrem frank hatte nur das pech er ist genau da in diesem gleichen moment dahin gelaufen wo ich gerade war du wirst ja erst sichtbar wenn frank oder so in deiner nähe also wenn ich oder frank wäre ich sah nur die statue hochkommen und irgendwie sah das auch aus dass er mich die statue erschlagen hätte er hat ja im grunde genommen auch also ich hatte an die statue erschlagen also ich weiß nicht die map gefällt mir nicht ganz so muss ich sagen die ist ein bisschen wir war wieso zu weitläufig wenn du da reinkommst und du wirst sichtbar in dem moment sieben sekunden da brauchst du als spieler nur ein stück zu laufen bist ja meistens weit genug weg dann schon oder so wie ich war es doch meine sicht du musst es doch hören er ist nämlich schon wieder im hand mode er ist ja sehr gut er ist ja sehr gut Ich sehe nichts, ich höre teilweise nichts, das ist schrecklich gerade. Ich habe dich ja schon die ganze Zeit rumlaufen hören. Ich wollte aber unbedingt die Brechstange haben, die da auf dem Tisch lag. Ah, Tinnitus, Flackerlicht. Flackerlicht. Ja, so da ein Tinnitus höre ich zum Glück nicht. Wie ist das Flackerlicht oder wie? Nee. Schade eigentlich. Wäre cool, wenn die Spectator wirklich das volle Erlebnis des Spectators mitbekommen würden. Stell dir vor, der wird sich noch die ganze Zeit rumlaufen. Schrecklich ist der Spectator mehr als der eigentliche Spieler. Ich habe keine Ahnung, wo ich in diesem Scheißlevel nach Schlüssel suchen soll. Wollen wir mal hoffen, dass das so bleibt? Ja, das wird es nicht. Ich bin schon wieder im Hand-Mode? What the fuck? Leg dich nicht mit dem Profi an. Ja, ich leg mich ja nie mit mir selbst an. Das wäre auch ein bisschen komisch. Ach, was ich so an Curry mag, ist seine Bescheidenheit. Hey, ich bin bis jetzt der Einzige, der nicht vorbei war und dann gewonnen hat. Stimmt. Keine Sorge, Steve Pete, ich werde dich immer in Gedanken behalten. Danke. Du warst ein guter Lockvogel. Hätte ich ihn nicht abgelenkt, hätte er dich wahrscheinlich gekriegt. Ja, ich hatte, wie gesagt, in dem Moment genau neben ihm. Ach, Alter. Ja. Ah, das verlangsamt einen halt mega. Ich weiß nicht, wo ich in diesem Scheißlevel nach Schlüssel suchen soll. Kann ich wirklich sagen. Ach. Mehr Tweets, bitte. Ja. Ich weiß nicht, wie still das auf einmal ist. Ja. Ich höre ihn halt wieder rollen. Wer kann mich theoretisch gleich wieder töten? Irgendwo hier wird auch sein. Ich glaube, er ist da. Kann ich rückwärts laufen gerade? Fuck. Boah. Alter. Was hat er jetzt nicht gruselt? Er ist genau vor mir aufgetaucht. Man hat sie auch gehört. Ja, man hat sie auch gehört. Ich konnte nur nicht mehr rückwärts laufen. Meine S-Taste funktionierte nicht mehr. Ich hatte gerade einen dummen Tweet in diesem Moment. Ich starte mal eben ganz kurz das Spiel neu, weil der Mauszeiger nervt mich. Ich bin voll amie. Ich bin voll amie.